Mobiltelefon koppeln Das Ford-Audiosystem muss eingeschaltet sein. Drücken Sie die Phone-Taste Ihres Audiosystems. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Audiosystems ein, falls diese deaktiviert sein sollte. Aktivieren Sie hierfür Bluetooth an mit der OK-Navigationstaste. Die Bluetooth-Funktion Ihres Audiosystems ist nun eingeschaltet. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein. Suchen Sie mithilfe der Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons nach Ford Audio und wählen Sie dieses aus. Auf dem Radiodisplay wird dann eine individuelle PIN angezeigt. Geben Sie diese innerhalb von 30 Sekunden in Ihr Mobiltelefon ein. Falls Ihr Mobiltelefon Sie nach der Autorisierung zum automatischen Verbindungsaufbau fragt, bestätigen Sie mit Ja. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet das Bluetooth-Symbol im Display Ihres Audiosystems auf. Hinweis Sollte wieder erwarten keine PIN auf dem Radiodisplay sichtbar sein, geben Sie innerhalb von 30 Sekunden zunächst 0000 in Ihrem Mobiltelefon ein und danach innerhalb von 30 Sekunden die auf dem Radiodisplay erscheinende PIN. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet das Bluetooth-Symbol im Display Ihres Audiosystems auf. Nun können Sie die Freisprechfunktionen nutzen. Hinweis Wenn Sie ein Mobiltelefon in mehreren Ford-Fahrzeugen verwenden möchten, sind die beschriebenen Schritte für jedes der Fahrzeuge zu wiederholen. Gegebenenfalls muss die Bezeichnung Ford Audio in Ihrem Mobiltelefon geändert werden. Gegebenenfalls 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 Gegebenenfalls